Der Männergesangsverein Ehrenhausen feiert im Jahre 2019 sein 100-jähriges Bestandsjubiläum. Im Folgejahr ließ die Corona-Pandemie nicht nur das ganze Land, auch den Gesang des MGV Ehrenhausen, notgedrungen verstummen. Aus diesem Anlass hat der MGV Ehrenhausen für seine Freunde und Gönner eine DVD veröffentlicht, die alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2019 in Kurzfassung zeigt. Über 80 Minuten sehen Sie die Highlights und eine Chronik über die Entstehungsgeschichte des MGV Ehrenhausen. Liebe Freunde, wunderte Jahre, die schon vorüber. Musik 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 Musik